Herzlich Willkommen zum Untertitel von Horizon Zero Dawn Es geht weiter Wir wollen weiter zu den... Wie viele Meter habe ich gesagt? 332 Meter Wir schleichen uns hier durch das Dickicht Hier sind noch irgendwelche Viecher Sicher komme ich raus, aber ich kann noch immer raus schauen Dann hat er mich gesehen Was soll ich denn das? So Wir haben uns umgeschlichen Nur 240 Meter 230 Meter Wir sind auf dem Weg für die nächste Mission Etwas Vorrat Da wir ja auf Ultraschwer spielen Müssen wir hier schauen, dass wir immer Steine haben Dass wir immer unsere Ressourcen mit der Energie und mit dem Leben und mit allem immer voll haben Oh Oh... 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 Was ist das zu einem workspace? Ich werde mit ihnen arbeiten. Nein, bitte nicht! Ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe die rote Brümmel. Ich habe hier wieder rote Brümmel. Aber sonst mache ich mich nicht. Ja, 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 ja. Ah, Spiecher. Das ist ja. Wow, 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 wow. So, Sky Teeters. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal wie es ausgesehen hat, als die alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Ja. 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 Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Also. Ich habe eine Aufgabe. Und diese Aufgabe erledige ich. Ich habe hier noch ein bisschen Blümmelchen sammeln. Ich habe hier noch eine Spiecher. So. Und eine hier vorne. Ja. Jetzt. Lageralarm. Den Lageralarm. Den sollten sie nicht auslösen. Wieso soll ich das jetzt im gescheitsten Angattungen? Ich kann den neuen Tag förmlich riechen. So. bis jetzt schon mal einctor. Was? Das war's vom Himmel. Komm her, komm! Wie ist der Stein hier? Entschuldigung! Hoffentlich hat er das davor nicht gehört. Komm Schätzchen, komm! Hu 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 hu! Zuerst den Hadis, schauen wir hier noch in den Schinen. Ich kann nichts markieren. Der Tinger wollte markieren. Wie ist das? Ich gehe hier hinten rum. Schau! Irgendjemand hat mich gesehen. Aha! Der dort oben. Ich habe diesen nicht gesehen. Aber er hat mich gesehen. Jawohl. Das wäre es gewesen. Und so geht das. So. Was haben wir da? An finden? Immer noch nichts. Ich wäre anspruchs aus. Das wäre gut. Ich hätte dir. Ja. Das war ich. Ich habe den Weg. orten. Oh! 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 Hier hinten soll die Mona rüber. Siehst du da hinten? Wir machen zuerst das Lager 1. Wir gehen zuerst zum Lager 1. Das kann ich nicht durch. Komm noch mal, komm noch mal, komm noch mal zu mir, komm. So, sonst hat das niemand bemerkt, ausser ich. Und die zwei, die jetzt hier gestorben sind, sind das natürlich auch bemerkt. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Ja, ja, das wissen wir. Das wird jetzt natürlich auch zusammen gelöscht hier. Ja. Ich habe gerade einmal Glück gehabt. Ich hätte ja ganz anderes ausgehen können hier. Dann komme ich zu mir. Jetzt habe ich schon gerade Angst bekommen. Ich hätte das nicht drauf, ich nehme da. Super, schön hinter dem Städtel. Du machst das ganz gut. Jetzt muss ich auf der Frontau angehen. Ich bin schon mit dem Städten. Ich bin schon mit dem Städten. Nicht das Ziel aus den Augen verlieren! Ah, du bist einer von mir! Aha! Wo ist noch was ich noch gegen? Ah, der einer! Von hinten angreifen! Für die Urmutter! Kann ich dir helfen? Ich will dir helfen, wie kann ich dir helfen? Seht nur, was wir getan haben! Aha! Aha! Für die Generationen vor mir. Du hast sicher Besseres zu tun, als mit mir zu reden. Aha, das heisst nur, dass ich... Ah, jetzt habe ich es... Jetzt habe ich es begriffen! Jetzt ist es gut gekommen! Dass es so lange, bis sie sich wieder selber regeneriert haben ist... Aha! Es ist zwar jetzt ein wenig kratisch ausgelaufen, da hier. So wollte ich es eigentlich nicht machen. Jetzt müssen wir alles einsammeln. Sehr wichtig! Schnellreisenpäckchen. Das tun wir immer... Vorbereitung ist alles! ...dankend annehmen. Das habe ich gesucht. So... So... Hier kann ich es auch brauchen. Ich glaube jetzt habe ich alles zusammen gesammelt. habe. Vorher haben wir leicht durch die Pixel-Zusammenbrücke gefallen, das habe ich gemerkt. So, hier ist der Nächste. Die 100m kommt der Nächste. 91m können wir durchpreschen. Die Bäume stehen hier sehr dicht. Da kann man nur schwer hindurchschießen. Komm her, komm. Die möchte ich ganz einfach machen. Perfekt. Perfekt. Jetzt habe ich dir auch noch Mut. Das Foto, der uns hier gerade nicht gesehen hat. Aber gesehen hat er es gemerkt, aber gesehen hat er es nicht. Jetzt sind ja alle sehr unsicher, was hier geht. Das Foto. Das Foto. Das Foto. Oh, muss ich da inna? Muss ich da inna? Hallo, Ladies! Aloy ist in der Haus! War immer noch verdammt. Wir sind die Nächsten! Ich bin nicht kämpfen! Nicht nachlassen! Ich bin nicht die Nächsten! Ich bin nicht die Nächsten! Wir haben uns geschafft! Für die Urmutter! Für die Urmutter! Genau, das sage ich auch! Jetzt müssen wir alles gleich zusammen sammeln! So, kommt gut! So, jetzt holen wir die Blumen. Die kann ich immer brauchen, die tun immer gut! Dann gehen wir noch zum Letzten! Jetzt gehen wir noch zum Letzten! Das machen wir heute auch noch! So! Tierzahn habe ich auch noch bekommen! Schön! So! 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 Tatsächlich, das kann ich niemals nehmen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nie eine Deckung, mal hier oben kann ich noch die Deckung bekommen. Ups, da kommt! Ups, da kommt! Komm her, komm! Komm her, komm! Ich komme gleich wieder in die Deckung, so. Da kommt hier, da legen wir auch her. Komm Scherzeli, komm! Du bist der nächste! So! Das ist wirklich noch ein bisschen gäbig da, muss ich sagen. Oh, das ist die Nähe. Da locken wir auch her. Oh, 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 so. Komm her, komm! Komm! Komm, ich warte auf dich! Komm! 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 Bitte! Komm! 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 Oh, meine Steine verraten. Das können wir zusammenlesen. Oh, ich glaube die hätte ich garnit müssen gehen, hier. Wie jetzt noch Nebel-G-Uffa-Ur-Suchen? Das kann ich bestimmt nicht gebrauchen. Ich glaube, die hätte ich gar nicht zu denen gehört, so wie es aussieht. Aber wir können da gleich noch alles sammeln, was hier rumliegt. Das muss hier sein. Diese müssen wir. Sie warten schon dort hin. Wir müssen einen Ort hier vorbei. So, das müssen wir gleich zusammenlesen. Eine Wiese volle Material. Daraus werde ich später einen Trank brauchen. Gut, wir sind hier noch hinten rum. Das füllt uns auf. Das ist auch die Finder, die ich gerade gesehen habe. Das füllt uns an. Das füllt uns an. Das füllt uns an. Hier. Das füllt uns an. Oh, jetzt habe ich die Aufmerksamkeit von allen auf mich gelenkt. Ja, da ist der Bauer ein wenig dahin. Jetzt muss ich Angst dahin gehen. Da steigen die Scheiben dahin. Oh, ich kann nicht wieder hin. Ich muss schauen, dass sie den Alarm nicht auslösen. Ich will den Alarm auslösen. Nein, ich kann nichts machen. Scheisse! 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 Ich meine, ich kann den Alarm zerstören. Mach dich bereit für den Schlag des Schattens! Das ist der Schlag des Schattens. Noch einen Schlag des Schattens gibt es. Und den hier oben noch. Dann kommt zu mir. Komm hier zu mir. Komm, Ueke, komm! Ah, mal heim! Ich hätte den Falsch frei. Wo scheisse es noch! Von hier unten! Wir alle sind heute Krieger. Ein Feind weniger, um den wir uns kümmern müssen. Ah, das ist einer von uns. Lassen wir wieder etwas zusammen. Was machen wir da sonst ausserdem? Für die Urmutter haben wir das gemacht. Es ist zwar nicht so gelaufen wie ich wollte, aber es ist gelaufen. Und tschüss. Und tschüss. Können von mir sein. So. So. Er konnte nicht alles bei diesem Toben nehmen. So. Also. Aber ich denke. Das kann ich hier nicht holen. Irgendwie will es mir das nicht geben. Mal jetzt. So. 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 Und wer sollte jetzt? Da geht es nicht durch. 229 Meter. So. Aber ich denke. Schauen. Wo haben wir hier? Hier haben wir ein Lagerfeuer. Hier vorne links haben wir ein Lagerfeuer. Ich glaube, ich muss dort eine Markierung hersetzen. Dort will ich jetzt. was? Und es heute ist jetzt wieder ein Lagerfeuer. So. Ich komme jetzt kurz, aber ich komme jetzt gleich Zuhörer. Ich bin mal hier. Ich habe ein bisschen. Ich weiss. Ich habe das Lagerfeuer entdeckt. Das ist ja so markiert. Ich weiss schon lange, als das Lagerfeuer ist, aber der hat noch Material, um zusammen zu lesen. Jetzt haben wir mehr Gesundheit voll. Dann gehen wir zum Lagerfeuer. So. Jetzt gehen wir hier in die Deckung, die uns das schön gemütlich machen. Und dann sage ich Danke für den Support. Danke bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.